So, und weiter geht's. Ja, okay, wir lassen uns nicht rein. Wäre auch zu einfach gewesen. Hm. Also, ich muss da ja wahrscheinlich hoch, rein, rauf, wie auch immer. Gucken wir mal, ob jetzt irgendwas angezeigt wird. Ne. Tja. Können wir hier irgendwo hochklettern? Das ist echt seltsam. So, zum rüberspringen da hinten, das ist so weit. So, wir gucken trotzdem nochmal, weil, äh, ähm, ich trau dem Frieden irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier nicht rein können. Aber nö. Geht irgendwie nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Gab's da noch ein paar andere schöne Dinge zu entdecken, ne? So, da waren wir auch schon drin. Ja. Hier können wir wieder meditieren. Sehr schön. Dann verlassen wir das mal wieder. Und laufen geradeaus. Schieß ruhig, los, komm. Ach du Scheiße. Ich hätte ja auch noch ein Schild gehabt. So, da geht's mal hier weiter. Ich sehe dich. Ich werde deine Verteidigung bebrechen. Ich beobachte dich. Los, komm. Hier, keine Faxen. Hier neben dem Tornverein. Ah, alles klar. Hier irgendwas versteckt. Ja, ne Kiste. Oh, sehr schön. So. Sportlich, sportlich. So. Jetzt sind wir hier drüben. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt haben wir... Das ist die Frage. Müssen wir hier rutschen? Ist ja auch geil gemacht. Mit dem Wasserfall, der einfriert und dann teilweise das Wasser da noch rausfließt. Wow. Echt schick. Jetzt hier einmal im Kreis gelaufen oder wie? So, nicht Sinn der Sache, oder? Ich bin doch hier vorhin reingelaufen, oder nicht? Ja. So, genau. Hier bin ich reingelaufen. Na. Das wollten wir natürlich nicht. Oh, hier nochmal hoch. So. Gucken wir nochmal. Das muss ja auch einen Sinn haben. Genau. Hier sind wir ja hochgeklettert. Ich denke mal, das... Das wird auch richtig sein. So. Dann sind wir hier einmal rumgegangen. Damit wir sozusagen, äh, an dieser Eisfläche langkommen. Oder auf der Eisfläche. Okay, aber ich denke mal, wir gucken hier nochmal, weil... Für mich klingt das irgendwie gerade so ein bisschen komisch. So. Da ist ja die Station. Gucken wir mal. Ich hab ja vorhin gedacht, hier ist... Hier ist ein Abgrund, aber... Ja, da ist ja die Höhle, wo wir rauskommen, ne? Ja. So, da war ja auch die Kiste, die ich gefunden habe. Irgendwas ist da noch nicht so richtig. So. Können wir uns da rein? Ne. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ne, da kommen wir nicht rein. So. Und jetzt ist folgendes. Ja. Jetzt haben wir hier das Seil. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir wieder auf die Eisfläche müssen. Damit wir da wieder... auf die Eisfläche drauf und wieder runterrutschen. Dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt. Und wir haben hier nichts gefunden oder gesehen, was für uns wichtig ist. Also, springen wir nochmal ans Seil. Und schwingen nochmal. Und... nochmal. Dann kommen wir wieder jetzt... Okay, aber da hinten sehe ich ja auch noch... Genau, hier waren wir ja auch noch nicht. Ein Feind unter uns. Oh, gut. Ne, nicht gut. Alter. Soll mal gut sein hier. Ich brauche wirklich ein Stim. Hilf mir, BD1. Kriegst du doch... Scannen wir nochmal. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier lang. Mann, das ist aber auch geil gemacht, muss ich sagen. Mach mir doch einfach nur die Tür auf. Blöd. So. Der ist auch erledigt. Oder die beiden. Oder die beiden. Oh, okay. Oh, es war also was drin. Ja, genau. Hier sind wir jetzt richtig. Oh, das wird aber spannend hier. Ich weiß nicht, die müssen wir dann verlangsamen. Zu spät. Neu jetzt. Scheiße. Gar nicht so einfach, muss ich sagen. Scheiße. Komm, raus. Ah, da habe ich auch nochmal Glück gehabt. Okay, dann muss ich von der anderen Seite ran. Oh. Das hat das doch geil gemacht. Okay. Sie werden. Hush. Das hat mich drauf an. Was war. Ja. Ich habe mich weiß. Ich habe Not. So, das ist die Frage, wo wir jetzt hin müssen Ah, ok Ah, scheiße Das ist ja noch relativ einfach So, von hier kommen wir jetzt, ne? Genau Hier haben wir die Kiste Also, was war drin? So, von hier kommen wir jetzt, ne? Ganz toll Ich kann das hier verlangsamen, aber was habe ich davon? Ich kann mir hier nicht weiter Das ist schlecht So, mal wieder So ein Ding, wo ich, wo wir hier nicht weiterkommen Also Wenn ich das anhalte, kann ich ja nicht drauf Da geht's auch nicht Das war natürlich dumm Okay, da geht's auch nicht raus Aber Das ist ja merkwürdig Betrachten wir das mal von hier So, das muss doch Muss doch irgendeinen Sinn haben, dass wir hier einlaufen Und dann Da kommen wir da irgendwo nicht weiter Also wenn wir da oben hingucken So natürlich nicht So Ein Rätsel, ein Rätsel.